Nehmen Sie eine Auszeit von Hektik, Stress und Terminen. Genießen Sie die unglaubliche Ruhe des Revita Hotels Kocher im oberösterreichischen St. Agatha und lernen Sie mit Sexinnen zu erleben. Das Hotel bietet seinen Gästen ganzjährig ein tolles In- und Outdoor-Programm, das Kraft und Lebensfreude wieder aktiviert. Beleben Sie Körper und Geist mit ganzheitlichen Anwendungen, Bewusstseinsseminaren oder einfach beim Bewegen in der malerischen Landschaft des Hausrugviertels. Nach einer Mountainbike oder Klettertour können Sie sich mit wohltuenden Massagen verwöhnen lassen und das einzigartige Gefühl erleben auf einer Klangliege zu entspannen. Das Küchenteam sorgt für kulinarische Erlebnisse der Sonderklasse. Im Hotelrestaurant oder auf der Sonnenterrasse, beim Frühstücksbuffet oder beim Candlelight Dinner. Im Revita Hotel Kocher werden Sie stets mit dem Besten verwöhnt, das die Natur zu bieten hat.